Dommer über dem Indischen Ozean. Dommer aus allen Rohren, an allen Küsten, wo immer er auftritt. Sirkuf, der Tiger der Meere. Ein Name, der längst Legende ist. Sirkuf, ein Mann, der mit den Gegnern, die er verfolgt, nicht ganz so behutsam umgeht, wie mit den Frauen, die ihn verfolgen. Sirkuf, ein Name für das große Abenteuer. Von Napoleon selbst übernimmt er seinen gefährlichsten Auftrag. Die Festung auf der Insel Maché zu sprengen und den Eisernen Ring der Blockade aufzubrechen. Sirkuf hat nicht viele Freunde. Sirkuf hat nicht viele Freunde. Aber er hat tausend Gegner. Aber keiner seiner Gegner übertrifft ihn an Härte und Pfiffigkeit. Zirkuf, ein Name der Legende ist, erwacht zu einem neuen Leben in Donner über dem Indischen Ozean. Untertitelung des ZDF, 2020 Donner über dem Indischen Ozean. Untertitelung des ZDF, 2020